Ja, hallo. Heute soll es um die Europäische Zentralbank gehen. Damit ist man schon ziemlich nah am Zentrum, ziemlich am Kern, an einem der Kerne des Wirtschaftssystems, wie es heute läuft. Man ist bei der Kirche des Kapitalismus und des Neoliberalismus, wie Ingo neulich geschrieben hat, über die US-Zentralbank. Und tatsächlich haben diese monatlichen Pressekonferenzen vom EZB-Chef Mario Draghi auch tatsächlich immer etwas von einem Art Gottesdienst. Oder zumindest hat es etwas von einer Audienz, die der König gewährt. Die Zentralbank umgibt sich mit Autorität, ist von Autorität sozusagen gekennzeichnet. Das ist ein Expertenfeld per se. Da geht es um viele technische, komplizierte Sachen wie Hauptrefinanzierungssätze, Mindestreserveanforderungen, Langfrist, Tender und so weiter. Das ist wirklich etwas für Experten, woraus die Europäische Zentralbank, wie jede Zentralbank, auch einen großen Teil ihrer Autorität schöpft. Und schöpfen tut sie dies auch aus ihrem Auftrag, von dem es immer heißt, sie sei die Hüterin des Euro. Sie sei die Hüterin der Geldwertstabilität, das Heilige überhaupt im Kapitalismus, die Stabilität des Geldes. Sie soll Inflation verhindern, das Geld stabil halten und damit tut sie eigentlich etwas fraglos Gutes. Inflation wollen wir alle nicht, wir wollen alle Stabilität. Und da gibt es, was den Auftrag der Zentralbank angeht, ja eigentlich keine Parteien mehr. Eigentlich agieren Zentralbanken im Hintergrund. Doch in der Krise ist klar geworden, ist sie quasi in den Vordergrund getreten. Die Europäische Zentralbank saß immer mit am Tisch. Sie hat, wie es heißt, die Krise, die Euro-Krise beendet und ist auch Teil der Troika zusammen mit der EU-Kommission und dem Internationalen Währungsfonds und passt in den sogenannten Programmstaaten, also in den Krisenstaaten, darauf auf, dass die Länder auch gut sparen und ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Die Zentralbank ist darüber auch ins Zentrum der Kritik geraten. Ökonomen, insbesondere deutsche Ökonomen, beklagen oder warnen davor, dass sie den Euro ruiniert und damit die ganze Eurozone ruiniert. Ihre Politik ist ein Fall für das Bundesverfassungsgericht, da ist sie angeklagt. Als Zeuge gegen die EZB ist auch die Bundesbank aufgetreten. Der Fall liegt immer noch von dem Bundesverfassungsgericht und auch von links wird die EZB kritisiert. Zum Beispiel vom Blockupy-Bündnis in einem Aufruf zu Blockupy-EZB im Mai zu den Aktionstagen heißt es zum Beispiel, ein Satz daraus, die Troika-Politik in der Logik des Kapitalismus hat mit ihren auch gerade über die EZB aufgezwungenen Strukturanpassungsprogrammen katastrophale Auswirkungen im Alltag von Millionen Menschen. Einer der Anlässe für diese Blockupy-Proteste und gleichzeitig ein Zeichen der Macht der EZB ist der EZB-Neubau in Frankfurt am Main. In Frankfurt am Main. Da sieht man schon, das wird ein mächtiges Ding, die neue Europäische Zentralbank. Und wie immer bei Banken drückt sich auch hier durch das Gebäude die Macht der Institution aus. Gut, wie passt das jetzt alles zusammen? Dieses Komplizierte, dieses Heilige, die Inflation, die Kritik daran und so weiter. Darum soll es heute gehen, was ist hier überhaupt los? Es wird hier kein großes Seminar über Zentralbankpolitik, das würde zu lange dauern. Es geht mir hier ums Prinzip und letztlich geht es mir darum, zwei Fragen zu beantworten. Die erste Frage wäre, wenn die Aufgabe der Zentralbank die Stabilität des Geldes, des Euro ist und sie diese Stabilität herstellen will über Hauptrefinanzierungssätze, Leitzinsen, über Mindestreserveanforderungen und so weiter, Warum mischt sie sich eigentlich ständig in alles ein? Warum erzählt die ZB-Chef Mario Draghi auf jeder seiner monatlichen Pressekonferenzen am Ende immer, dass Europa seine Arbeitsmärkte flexibilisieren muss, dass die Staaten sparen muss, dass die Staaten wettbewerbsfähiger werden müssen und so weiter. Wie passt das eigentlich zur Aufgabe der Zentralbank? Nein, das mache ich. Ich würde es einfach noch ein bisschen mehr ausführen wollen. Im Prinzip stimmt das, ja. Gut, das ist die eine Frage. Wieso mischt sich die EZB eigentlich immer so ein und will zum Beispiel sinkende Lohnstückkosten und Sparhaushalte haben, obwohl doch ihre Aufgabe nur ist, durch elegante Zinslenkung die Stabilität des Euros herzustellen? Zweite Frage. Wie hat es die EZB eigentlich geschafft, in nur wenigen Worten vor anderthalb Jahren die Euro-Krise zu beenden? Und was hat die Bundesbank eigentlich dagegen? Verständnis fragen wir, okay, den Vortrag halte ich. Gut, letztlich möchte ich gerne sagen, warum die Blockupy mit seinen Protesten da an einem guten Ort gelandet ist. Und zwar nicht nur, weil die EZB Teil der Troika ist, sondern überhaupt wegen der Sache, die Zentralbanken so machen. Dazu müssen wir zwei Fragen, möchte ich hier irgendwie behandeln. Die eine Frage ist, was tut eine Zentralbank, die Euro-Zentralbank, aber eine normale Zentralbank auch andere? Was tun die eigentlich in normalen Zeiten und was tut sie in der Krise? Gut, was tut eine Zentralbank normalerweise? Was weiß das normale Publikum darüber? Man weiß, dass sie die Hüterin des Euros ist. Dann kann man sich sowas hier vorstellen, die Hüterin des Euros ist sowas wie Schafehüten. Wir sehen hier aus dem Jahr 2010 die Deutsche Meisterschaft im Schafehüten mit altdeutschen Hütehunden. Die Zentralbank macht sowas, sie ist die Hüterin des Euro, heißt es. Das ist eine Sache, die man von ihr weiß. Eine andere Sache, die man von ihr weiß, ist, dass die Zentralbank Geld schöpft, dass sie die Wirtschaft mit Liquidität versorgt, Liquidität, liquide, ist flüssig. Da gibt es ganz viele Wassermetaphern, das heißt, dass die EZB Geld pumpt. Dann hat sie so eine Art Pumpe, mit der sie Liquidität in die Wirtschaft pumpt. Oder ein anderes Bild ist auch, dass sie die Geldschleusen öffnet, immer diese ganzen Wassermetaphern, dass sie die Gesellschaft mit Liquidität versorgt. Was steht dahinter? Man weiß es ja auch. Die Zentralbank ist die einzige Institution, die Geld drucken kann, ist die einzige Institution, die Geld nicht verdienen muss oder die es sich nicht aneignen muss, sondern die es quasi produzieren kann, einfach so ohne Gegenleistung. Das kann die EZB und damit versorgt sie die Wirtschaft mit Liquidität, mit Geld. Die entscheidende Frage ist jetzt, wie macht sie das eigentlich? Wie kommt Geld in die Welt? So, könnte man sagen, fliegt sie denn mit dem Flugzeug über die Lande und wirft Liquidität ab? Also, wirft Geld ab mit dem Flugzeug oder mit dem Helikopter, mit dem Hubschrauber. Gibt es auch immer so als Bild, Zentralbanken fliegen letztlich mit dem Hubschrauber übers Land und werfen Geld ab, weswegen der Chef der US-Zentralbank, Ben Bernanke, auch immer gerne Helikopter Ben genannt wird, weil es dieses Bild des Hubschraubers gibt. Gut, wie kommt Geld eigentlich in die Welt? Die Wahrheit ist, die EZB wirft es nicht ab, sie verschenkt es nicht, sondern sie verleiht es. Sie verleiht es, und zwar den Geschäftsbanken und insofern ist der Ausdruck Geldpumpen gar nicht so falsch, weil sie pumpt es tatsächlich, nämlich sie leiht es den Geschäftsbanken. Schauen wir uns an, wie das geht. Also, wie kommt Geld auf die Welt? Jeder Euro, der so entsteht, jedes Stück gesetzliches Zahlungsmittel, das so entsteht, wie kommt das auf die Welt? Wir haben auf der einen Seite die Zentralbank und ihren Geschäftspartner an der Stelle, die Geschäftsbank, die Deutsche Bank, die Commerzbank und so weiter. Wie kommt Geld jetzt in die Welt? So, die Geschäftsbank gibt der Zentralbank ein Wertpapier, das ist ein Schuldschein, eine Schuldverschreibung, eine Staatsanleihe, eine Zahlungsverpflichtung, ein Zahlungsversprechen, ein Schuldschein. Gibt das der Zentralbank und die Zentralbank gibt der Geschäftsbank daraufhin Geld. Geld, das sie schöpft und bei Bedarf eben auch druckt. Dieses Geld, was die Zentralbank, der Geschäftsbank gibt, das sind echte Euros. Gut, auf Basis der gedruckten oder geschöpften Euros, die die Zentralbank, der Geschäftsbank gibt, kann die Geschäftsbank dann auf dieser Basis verschiedene Kredite vergeben, zum Beispiel an Unternehmen, an Haushalte und an den Staat. Um diesen Teil kümmern wir uns jetzt erstmal nicht, den lasse ich jetzt erstmal beiseite, was die private Bank mit diesen Euros macht, sondern kümmern wir uns erstmal um das zentrale Geschäft. Was passiert hier eigentlich ökonomisch, was passiert hier eigentlich zwischen Geschäftsbank und Zentralbank in diesem Tausch? Schuldschein gegen Geld. Hier passiert ein kleines Wunder, nämlich das Wunder der Geldschöpfung. Schauen wir uns das mal genauer an. Also, wir haben die Geschäftsbank und die Zentralbank. Die Geschäftsbank gibt der Zentralbank den Schuldschein und die Zentralbank gibt der Geschäftsbank daraufhin die gedruckten oder geschöpften Euros. Wo hat die Geschäftsbank den Schuldschein her? Den hat sie, weil sie einen Kredit gegeben hat. Sie hat einen Kredit gegeben gegen Zinsen, zum Beispiel an ein Unternehmen. Und dieses Unternehmen gibt der Geschäftsbank den Schuldschein, ein Zahlungsversprechen. Was passiert hier jetzt? Was passiert hier jetzt? Wie wird hier jetzt Geld geschöpft? Was bedeutet das eigentlich? Die Geschäftsbank hat ja dem Unternehmen Geld geliehen und daraufhin einen Schuldschein bekommen, eine Anleihe, ein Zahlungsversprechen. Und für dieses Zahlungsversprechen gibt die Zentralbank, der Geschäftsbank echtes Geld. Dieser Schuldschein ist eben nur ein Zahlungsversprechen. Es ist nur ein Anrecht auf eine künftige Zahlung. Eine Zahlung, die in einem Jahr, in zwei Jahren oder sonst irgendwann stattfindet. Es ist eine erwartete Zahlung, wo noch gar nicht klar ist, ob die geleistet wird. Aber die Bank geht auf jeden Fall schon mal davon aus, dass diese Zahlung geleistet wird. Für die Bank ist dieser Schuldschein nämlich gleichzeitig ein Stück Finanzkapital. Für die Bank ist dieser Schuldschein nämlich, sie hat einen Kredit für 1.000 Euro gegeben und kriegt 1.000 Euro zurück vom Unternehmen inklusive Zins, also sagen wir 100 Euro. Das heißt, die Bank macht aus 1.000 Euro 1.100 Euro. Und das ist verbrieft quasi in diesem Schuldschein. Dieser Schuldschein ist ein Zahlungsversprechen und gleichzeitig ein Stück Finanzkapital. Ob diese Zahlung des Unternehmens, nämlich die Rückzahlung des Kredits und die Zinsen. Ob die stattfinden oder nicht, ist erst mal unklar. Die Bank behandelt es aber schon so, als wäre die Zahlung schon geleistet, als hätte das Unternehmen die Zahlung und die Zinsen schon getan. Die Bank behandelt das Zahlungsversprechen wie eine geleistete Zahlung, indem sie sagt, dieses Wertpapier, dieser Schuldschein ist nämlich 1.100 Euro wert. Und zwar heute schon, obwohl er darauf beruht, dass erst in Zukunft das Unternehmen diesen Kredit zurückzahlt. Das tut eben, das ist der springende Punkt, das tut nicht nur die Geschäftsbank, sondern das tut die Zentralbank auch. Die Zentralbank behandelt auch das Zahlungsversprechen, was der Schuldschein ist, wie eine geleistete Zahlung und rückt dafür echte Euros raus. Die Zentralbank, indem sie den Schuldschein akzeptiert und dafür echtes Geld gibt, sagt quasi, dieser Schuldschein ist so gut wie echtes Geld. Dieses Kreditgeschäft, was die Geschäftsbank da gemacht hat, das beglaubige ich mit echtem Geld. Ich behandle dieses Kreditgeschäft so, als wäre es schon aufgegangen, als wäre der Kredit schon zurückgezahlt, inklusive Zinsen. Das ist der eigentliche Hammer. Sie nimmt quasi die Europäische Zentralbank oder jede Zentralbank spekuliert damit quasi mit. Sie tut so, als ob diese Spekulation, was jeder Kredit hat, ein Stück Spekulation in sich, weil die Zahlung erst in Zukunft läuft. Die Europäische Zentralbank, wie alle Zentralbanken, spekuliert quasi mit und nimmt damit, indem sie echtes, also richtig gedruckte Euros für diese Schuldscheine nimmt und dafür Euros rausgibt, nimmt damit den Erfolg des Bankgeschäfts quasi vorweg. Weil ob der Schuldschein überhaupt was wert ist, ob das Unternehmen irgendwann zahlen kann oder nicht, das ist ja noch gar nicht klar. Aber es gibt schon mal die Spekulation, dass es das tun wird, dass das Kreditgeschäft der Bank aufgeht, dass die Bank daran Geld verdient, Rückzahlung plus Zins und das behandelt die EZB, als sei das alles schon passiert. Wo das bedeutet, dass jeder Euro, der in die Welt kommt, in doppelter Weise auf einem Kredit basiert. Nämlich erstens, normalerweise ist es so, dass die Zentralbank, der Geschäftsbank diese Euros bloß leiht gegen einen Zins, dazu kommen wir später. Irgendwann gibt es in den Schuldschein dann wieder eine Geschäftsbank und die Geschäftsbank muss diesen Kredit zurückzahlen. Also erstens leiht die Zentralbank, der Geschäftsbank das Geld. Zweitens basiert jeder Euro auf einem Kreditgeschäft, das die Bank gemacht hat. Letztlich ist jeder Euro, der hier durch die Gegend fliegt, durch ein Kreditgeschäft der Bank, sagen wir gedeckt, steht dahinter und damit hängt die Stabilität des Geldes in letzter Instanz davon ab, ob die Kreditgeschäfte, ob diese Bankspekulationen auch aufgehen. Dazu sage ich gleich nochmal was. Letztlich hängt es davon ab, ob dieses Kreditgeschäft der Bank aufgeht. Wovon hängt das denn ab? Nehmen wir mal an, was macht denn das Unternehmen mit dem Kredit, den es von der Geschäftsbank bekommen hat? Es investiert vielleicht, eine Summe Geldes, kauft sich irgendwie am Markt eine Maschine, kauft sich Arbeitnehmer und so weiter, lässt produzieren, verkauft Autos, sagen wir mal, wenn es Daimler ist, lässt es Autos produzieren, verkauft diese Autos und hat Einnahmen. Diese Einnahmen sollen jetzt höher sein als die Ausgaben des Unternehmens, sonst würde es ja keinen Profit machen. Also, marxistisch gesagt, das Unternehmen macht aus G, G-Strich, macht aus seiner Geldsumme mehr Geld, verwertet sein Kapital. Das bedeutet aber, dass in letzter Instanz jeder neue Euro, der in die Welt kommt, davon abhängt, ob das aufgeht. Also, die Stabilität des Euro letztlich davon abhängt, ob das aufgeht oder anders gesagt, jeder neue Euro, der in die Welt kommt, repräsentiert einen Anspruch auf Geldvermehrung und wird auch nur für Geldvermehrung in die Welt gegeben. Also, dass man sich das klar macht, wenn es immer so schön heißt, die Zentralbank versorgt die Wirtschaft mit Geld. Das hat immer so was von Sorge und so. Letztlich basiert jeder Euro, den die Europäische Zentralbank, wie jede Zentralbank herausgibt, darauf, dass irgendeine Bank irgendwem einen Kredit gegeben hat und dass darin ein Verwertungsanspruch drinsteckt. Das bedeutet, jeder Euro ist ein Anspruch auf Verwertung, ist ein Anspruch auf, dass aus G' gemacht wird. Letztlich, dass die, ein Anspruch darauf, dass die Geschäfte der Banken aufgehen, worin letztlich auch die wirklich systemische Bedeutung des Bankensektors liegt. Also, wenn die Europäische Zentralbank Euros druckt oder schöpft, dann ist das so was wie eine Vorfinanzierung eines gesamtgesellschaftlichen Wachstums, eine Art Ausdehnung des gesamtgesellschaftlichen Kapitalvorschusses. Die EZB oder wie jede Zentralbank produziert Geld, damit Kredite vergeben werden können und damit diese Geschäfte auch aufgehen können. Machen wir ein Beispiel. Wenn wir als Beispiel eine Geschäftsbank, hier die Deutsche Bank sagen wir mal, vergibt einen Kredit an Daimler, 1000 Euro und so weiter und dann hat Daimler diesen Kredit, dann produziert es Autos und wenn es dann Autos profitabel produziert, dann macht es einen Gewinn, dann kann es erstens seinen Kredit zurückzahlen, gleichzeitig sind die neuen Euros, die die Zentralbank gedruckt hat, quasi gedeckt, gerechtfertigt dadurch, dass Daimler sein Kapital akkumuliert hat, dass mehr Wirtschaftsleistung stattfindet. Im anderen Fall, angenommen mal das Geschäft von Daimler geht nicht auf, Daimler geht pleite, kann seinen Kredit nicht zurückzahlen, daraufhin geht von mir aus auch die Bank gleich pleite, kann ihren Schuldschein, kann das Geld, kann den Schuldschein nicht zurückzahlen. Dann wären bloß neue Euros in der Welt, aber keine gewachsene Wirtschaftsleistung. Den neuen Euros stünde keine gewachsene Kapitalakkumulation gegenüber. In diesem Falle letztlich ist dann die Stabilität des Geldes bedroht. Inflation ist hier ein Stichwort, auf das ich nicht näher eingehen will. Also erstmal als Fazit, die Zentralbank druckt Euros, die akzeptiert dafür Zahlungsversprechen, Ansprüche auf künftige Zahlungen, finanziert damit ein gesamtwirtschaftliches Wachstum vor. Und jede Geldversorgung ist damit ein Anspruch, beinhaltet einen Anspruch auf ein Wachstum, nicht nur an die Unternehmen, sondern zum Beispiel, wenn man sich das vorstellt, auch an den Staat. Man kann diese Grafik ja auch ohne Unternehmen machen, sondern einfach die Regierung einsetzen. Dann hat man hier dieses Geschäft, was wir schon hatten, zwischen Geschäftsbank und Zentralbank. Und dann nehmen wir statt eines Unternehmens eben die Regierung. Da leiht die Bank der Regierung Geld gegen Zins, akzeptiert dafür den Schuldschein, die Staatsanleihe. Ja, 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 das ist die Regierung, genau. Und dann würde dieser Anspruch quasi, dann müsste nicht mehr, dann gibt es kein Unternehmen, das einen Profit macht, sondern letztlich haben wir dann eine Regierung, die hat Ausgaben, die gibt sie in die Gesellschaft, wo das Bruttoinlandsprodukt produziert wird. Und sie generiert Einnahmen, zum Beispiel aus Steuern. Und dann wären die neuen Euros letztlich im Nachhinein gerechtfertigt, wenn die Geldproduktion der Europäischen Zentralbank, wenn der ein gesteigertes Bruttoinlandsprodukt gegenüberstehen würde. Also damit wäre die Geldproduktion der Zentralbank ein Anspruch an die gesamte Gesellschaft. Das sieht man hier. So, wenn man sich das jetzt hier unten anguckt, die Zentralbank und die Geschäftsbank, die die Geschäftsbank gibt der Zentralbank einen Schuldschein, in diesem Fall eine Staatsanleihe und dafür druckt oder schöpft die Zentralbank Geld. Wie kann die Zentralbank denn jetzt pumpen? Sie ist ja in diesem Modell hier völlig abhängig davon, dass die Geschäftsbank zu ihr kommt und ihren Schuldschein gibt und dafür sich von ihr Geld leiht. Wie kann die Zentralbank eigentlich Geld in die Welt pumpen? Das kann sie über verschiedene Wege und das gucken wir uns jetzt ganz kurz an und das wäre dann eben auch schon, wie die Europäische Zentralbank in der Krise agiert hat. Geld in die Welt pumpen, wie es immer heißt, kann die Zentralbank vor allem oder zu einem großen Teil über den sogenannten Leitzins. Der steht ja auch immer in der Zeitung, wenn die Zentralbank den Leitzins senkt oder anhebt, dann steht das immer, Zentralbank pumpt Geld in die Welt, öffnet die Geldschleusen, wenn sie den Leitzins senkt. Das ist immer eine bedeutsame Sache. Gucken wir uns kurz an, worum es sich hier handelt. Dieser Punkt hier. Die Geschäftsbank gibt der Zentralbank einen Schuldschein für eine gewisse Zeit und dafür leiht die Zentralbank der Geschäftsbank Geld und dafür kassiert sie einen Zins, nämlich den Leitzins. Die Idee dahinter ist jetzt folgende, dass wenn die Zentralbank das billiger macht, wenn sie den Leitzins senkt, dann kann die Geschäftsbank in ihrem Geschäft mit der Regierung oder mit einem Unternehmen diesen Kostenvorteil weitergeben, sprich die Geschäftsbank, Deutsche Bank, Commerzbank, kommt billiger an Geld und kann deswegen auch die Kreditzinsen an ihre Kreditnehmer senken. Damit werden Kredite billiger, erschwinglicher, so die Idee. Damit nehmen Unternehmen ganz viele neue Kredite auf, auch private Haushalte und der Staat nehmen mehr Kredite auf, dadurch ist mehr Zahlungsfähigkeit in der Gesellschaft, dadurch wird mehr konsumiert, mehr investiert und so weiter und die ganze Gesellschaft, die Wirtschaft zieht sich selbst am eigenen Schopf aus dem Sumpf. Das ist die Idee, geringerer Leitzins, geringere Kreditzinsen allgemein, mehr Zahlungsfähigkeit, mehr Investition, mehr Wachstum. Das ist die Idee, das hat die Zentralbank auch gemacht, die EZB in der Krise, sie hat den Leitzins gesenkt, hier sehen wir den sogenannten Leitzins, den Zins für Hauptrefinanzierungsgeschäfte über eine Woche in Prozent. Wir sehen Ende 2008 geht die US-Investmentbank Lehman Brothers pleite, die Krise verschärft sich, bricht so richtig aus, war schon vorher da, aber sie bricht so richtig aus und die Zentralbank senkt den Leitzins, um darüber Kredite immer mehr billiger zu machen, darüber Geld in die Wirtschaft, zu den Banken hineinzuschleusen. Das war nicht die einzige Art und Weise, wie die Europäische Zentralbank die Geldschleusen geöffnet hat, sie hat noch andere Sachen gemacht, sie hat zum Beispiel die sogenannte Vollzuteilung beschlossen, das heißt sie hat den Banken gesagt, ihr könnt jede Summe von uns haben, die ihr haben wollt. In normalen Zeiten sagt die Bank, bei ihren wöchentlichen Leihgeschäften mit den Geschäftsbanken, diese Woche verleihe ich eine Milliarde Euro, nächste Woche sagt sie, ich verleihe zwei Milliarden, dann sagt sie wieder weniger und so weiter. Sie hat oftmals eine festgesetzte Menge, die sie den Banken leiht. In der Krise hat sie gesagt, ihr kriegt jede Summe, die ihr haben wollt. Das heißt Vollzuteilung, ja. Sie hat die Ansprüche an Sicherheiten gesenkt. Sie akzeptiert von den Geschäftsbanken ja Schuldscheine von allen aller möglichen Formen und gibt dafür Euros raus. Sie hat die Ansprüche an die Solidität dieser Schuldscheine gesenkt. Also sie hat, um ein Beispiel zu machen, sie hat nicht nur einen Schuldschein von Volkswagen akzeptiert und hat dafür Geld gegeben, sondern sie hat auch einen von Opel akzeptiert, den es ja nicht so gut geht. Also als Beispiel, also hat die Anforderungen an die Sicherheiten, die sie akzeptiert, für ihr Geld gesenkt. Sie hat den Banken über Jahre, über drei Jahre insgesamt eine Billion Euro geliehen. Also nicht immer nur für eine Woche, einen Monat und so weiter, sondern richtig für drei Jahre. Zwei Megatender, wie es immer hieß, hat sie aufgelegt und darüber eine Billion Euro. Den Banken überwiesen, über drei Jahre, damit die Banken richtig viel Liquidität haben. Und sie hat schließlich auch den Banken nicht nur Geld geliehen, sondern sie hat es ihnen auch dauerhaft überwiesen, indem sie Anleihen auch gekauft hat. Also nicht, also den Banken dieses Geld quasi dauerhaft zur Verfügung gestellt hat. All das waren Mittel und Wege, um die Banken mit Liquidität vollzupumpen. Das hat funktioniert. Die sogenannte Geldbasis ist gestiegen. Die sehen wir hier. Hier sehen wir die Geldbasis in der Eurozone, der dunkle Chart. Das ist die Menge an Zentralbankgeld, die so rumfliegt seit dem Jahr 2002 und man sieht, dass die EZB in der Krise die Geldbasis sehr stark erhöht hat. In den letzten Monaten ist sie wieder gesunken. Dazu komme ich gleich noch. Aber erst mal hat sie jede Menge Geld in die Bankenlandschaft gepumpt. In einer Hinsicht war sie damit erfolgreich und in einer Hinsicht nicht. In einer Hinsicht war sie erfolgreich und das wollte sie auch, nämlich das war ihr erstes Ziel, die Banken liquide zu halten. Sie wollte, dass die Banken nicht pleite gehen. Was bedeutet das? Schauen wir uns an. Das ist die Normalität. Das ist im Prinzip die Grafik, die wir schon hatten zwischen Zentralbank und den Geschäftsbanken. Nur hier mit zwei Banken, der Deutschen Bank und der Commerzbank als Beispiel. Wir haben immer, es geht immer so hin und her, Schuldscheine, also Anleihen werden hin und her getauscht und dafür zwischen Geschäftsbanken und Zentralbank und dafür druckt die Zentralbank Geld und gibt es den Geschäftsbanken. Aber, das ist hier der wesentliche Punkt an der Stelle, um an Geld zu kommen, sind die Geschäftsbanken gar nicht nur angewiesen darauf, sich bei der Zentralbank Euros zu holen, sondern sie leihen sich die auch gerne selber. Das ist überhaupt eigentlich über große Zeit die Hauptquelle der Banken, um an Liquidität zu kommen. Sie leihen sich es gegenseitig, für über Nacht, für einen Tag, für eine Woche, für drei Tage, für einen Monat und so weiter. Dies ist der sogenannte Interbankenmarkt, der größte Finanzmarkt der Welt. Ich glaube, in der Eurozone gehen da jeden Tag, weiß nicht was, eine absurde Summe, zwei Billionen Euro, glaube ich, werden da jeden Tag so hin und her geliehen. Das ist eine Hauptrefinanzierungsquelle der Banken, dass sie sich gegenseitig ständig Geld hin und her leihen. In der Krise war es nun so, dass sich die Banken gegenseitig nicht mehr vertraut haben. Sie hatten Zweifel in ihre Kreditwürdigkeit und das hat dazu geführt, dass die Banken einander nicht mehr geliehen haben. Da deswegen drohte vielen Banken, und nicht gerade der Deutschen Bank, aber vielen Banken in Südeuropa, die Pleite. Sie waren abgeschnitten von einer Refinanzierungsquelle, sie haben von den anderen Banken keinen Kredit mehr bekommen. Und ich sage den Satz noch zu Ende, und deswegen ist die Zentralbank eingesprungen als Refinanzierungsquelle, als Liquiditätsquelle und hat damit quasi den Interbankenmarkt ersetzt, was nichts anderes bedeutet, als die Zentralbank hat den Geschäftsbanken Kredit gegeben und dieser Kredit repräsentierte quasi den Kredit, den sich die Geschäftsbanken untereinander gekündigt hatten. Wenn die Geschäftsbanken untereinander haben sich den Kredit, haben sich ja keine Kredite mehr gegeben. Da ist die Geschäftsbank eingesprungen und hat gesagt, dann übernehme ich das. Ja, ich habe noch eine Verständnisfrage, einen Schritt weiter vorne, und zwar, wo es darum geht, dass die Zentralbank quasi den Geschäftsbanken allgemein Geld leiht und dafür Anspruch auf mehr Geld hat, dass zurückgezahlt wird. An einem einfachen Beispiel, wenn die Zentralbank 1.000 Euro rausgibt und hat Ansprüche auf 1.200 Euro zum Beispiel, wo kommen dann die 200 Euro her, die müssen ja auch durch die EZB gedruckt werden. Also, ich frage mich, wie die quasi in den Umlauf kommen. Das geht, also, die Reihenfolge sollte so passieren, quasi, die Geschäftsbank gibt ja, ich meine, das ist ein Kreislauf, deswegen, das ist jetzt hier kein Kreislauf, aber irgendwo muss man bei diesem statischen Modell hier anfangen. Fangen wir mal bei der Geschäftsbank an. Die Geschäftsbank gibt der Zentralbank Schuldscheine und die Zentralbank überweist die Euro der Geschäftsbank. Das ist neu geschöpft. Und wenn die Geschäftsbank das möchte, dann druckt die EZB auch, wenn die Geschäftsbank Bargeld braucht. Die würde dann also diese 1.000 Euro drucken, aber hätte Anspruch auf 1.200 Euro? Nö, erst mal. Achso, du meinst, weil das, weil das auch den, war das, ich weiß gar nicht, wo das war, weil die Zentralbank auch einen Leitzins, den Zins dafür verlangt. Ja. Wo kommen diese zusätzlichen Euro her, die müssen ja auch durchführen. Die muss die Geschäftsbank verdienen. Ja, aber ich meine, die Banknoten an sich, die sind ja, die sind ja, die repräsentieren ja Werte, die geschöpft wurden. Aber diese Banknoten müssen ja auch durch die Zentralbank, die die einzige Stelle ist, die sie drucken kann, quasi irgendwie produziert und in Umlauf gebracht werden. Denn verdient werden können sie ja auch nur, wenn sie im Kreislauf sind. Das ist jetzt schwierig, weil das geht jetzt genau auf den Punkt, auf den ich jetzt nicht eingehen wollte. Und das ist die, weil es immer heißt, die Geschäftsbanken können ja auch Geld produzieren. Das stimmt nicht ganz, weil was die produzieren ist, fungiert zwar als Geld, ist aber kein gesetzliches Zahlungsmittel. Die Geschäftsbanken, können ja keine Euros drucken. Die Deutsche Bank kann ja nicht Euros drucken, das kann nur die Zentralbank. Was die Deutsche Bank aber kann, ist Zahlungsfähigkeit schöpfen? Wenn eine, sagen wir so, um deine Frage zu beantworten oder um es erstmal das mit dem Drucken wegzulassen. Wenn die Zentralbank borgt, das Geld der Geschäftsbank, die Geschäftsbank muss es verdienen. Wie verdient sie es? Indem sie einen Kredit gibt an das Unternehmen, zum Beispiel Daimler. Wo kriegt Daimler das Geld her? Es muss es verdienen. Es muss aus einer Million Euro zwei Millionen Euro machen. Kann damit seinen Kredit bedienen. Und rechtfertigt damit die Euros, die die Europäische Zentralbank neu geschöpft hat. Auf den Punkt wollte ich hinaus. Wie das jetzt genau funktioniert, können wir vielleicht an der Stelle erstmal auslassen, weil ich wollte, oder darauf können wir nachher nochmal eingehen, worauf ich jetzt hinaus wollte, war, dass die Europäische Zentralbank, wie jede Zentralbank, Geld schöpft mit dem an und dieses Geld ist immer automatisch ein Anspruch auf mehr, ein Anspruch auf Geldvermehrung, ein Anspruch auf letztlich gelungene Kapitalakkumulation, Wirtschaftswachstum, dass irgendjemand rentable Arbeit anwendet. So, der Punkt, den wollte ich erst noch machen. Wie das dann funktioniert, müssen wir dann vielleicht gleich nochmal machen. Es funktioniert auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich, zack. So, hier pumpt sie Geld in die Welt. Hier pumpt die Zentralbank Geld in die Welt. Und, genau. Hier haben wir nochmal der Interbankenmarkt. Die Banken leihen sich eigentlich normalerweise ständig gegeneinander viele Milliarden Euro. In der Krise bricht dieser Interbankenmarkt zusammen und die Zentralbank ersetzt den Interbankenmarkt, ersetzt das Vertrauen, das die Banken ineinander verloren haben, durch sich, setzt sich als die zentrale Finanzierungsquelle für das Bankensystem und hält die Banken damit liquide, verhindert, dass sie pleite gehen oder dass sie illiquide werden, dass sie zumachen müssen. Was nicht funktioniert hat mit diesem Geld in die Welt pumpen, war tatsächlich, dass dieser Punkt, dass die Wirtschaft, dass die Konjunktur daraufhin anzieht. Was nicht funktioniert hat, war, die EZB senkt die Zinsen. Dadurch werden Kredite billiger. Unternehmen, private Haushalte und so weiter nehmen mehr Kredite, mehr Zahlungsfähigkeit ist da und die Konjunktur geht auf einmal wie durch ein Wunder nach oben. Das hat nicht stattgefunden, wie man an den Grafiken sieht. Hier haben wir zum Beispiel die Kredite der Eurobanken an Unternehmen in Milliarden Euro seit dem Jahr 2011. Man sieht, die Kreditsumme geht runter, die Banken verleihen weniger an Unternehmen, obwohl doch die Finanzwelt mit Geld geflutet ist. Insbesondere war das ein Problem in Südeuropa. Hier haben wir die Bankkredite an Unternehmen, Veränderung gegenüber Vorjahr, in Spanien, Italien, Portugal geht alles steil bergab. Die Banken vergeben also weniger Kredite. Was haben sie denn mit dem Geld gemacht? Jetzt waren sie doch mit Geld vollgepumpt. Was haben sie mit dem Geld gemacht? Sie haben es bei der EZB geparkt. Hier die Geschäftsbank hat ein Konto bei der Europäischen Zentralbank und da haben sie sich das Geld aufs Konto gelegt und es nicht verliehen. Das sieht man hier. Nochmal die zwei Charts. Oben die Geldbasis in der Gesellschaft, also das Geld, das Zentralbankgeld, was da ist und unten der entscheidende, der hellgraue Chart, das sind die Reserven der Banken, die sie bei der Europäischen Zentralbank haben und die steigen parallel zur Geldbasis. Sprich, die Banken legen sich das Geld auf ihr Konto und verleihen es nicht. Warum verleihen sie es nicht? Kein Wunder, Konjunktur läuft schlecht. Sehen wir hier zum Beispiel, warum die Banken nicht leihen. Das ist die inländische Nachfrage. In den USA geht es bergauf seit einigen Jahren. In Großbritannien geht es ein bisschen bergauf. Auch in Japan geht es bergauf. Tatsächlich in der Eurozone geht es abwärts. Die Banken sehen, es gibt weniger Nachfrage, zahlungsfähige Nachfrage. In der Gesellschaft, Unternehmen machen schlechte Geschäfte, machen keinen Profit, schmeißen Leute raus und dann haben auch die privaten Haushalte kein Geld mehr, um Kredite aufzunehmen oder Kredite zu bedienen. Das merken die Banken spätestens dann, weil sie haben ja Kredite vergeben und der Anteil der faulen Kredite, nämlich der Anteil der Kredite, die nicht mehr fristgerecht bedient werden, die sie vergeben haben, der steigt. Das sehen wir hier für Spanien, Italien und Portugal. Da haben wir den Anteil der faulen Kredite in Prozent aller Kredite. Also die Banken sehen, von den Krediten, die wir vergeben haben, werden immer mehr faul, werden nicht fristgerecht bedient. Und als letztes natürlich wissen die Banken, dass nicht nur läuft die Konjunktur schlecht, sondern Unternehmen und private Haushalte sind auch hoch verschuldet. Das muss man sich auch mal klar machen, den Anteil der Staatsschulden an der Wirtschaftsleistung, die Grafik sieht man ja oft, dass die Staaten sich so hoch verschuldet haben. Tatsächlich haben sich auch Unternehmen und private Haushalte in den letzten Jahren sehr hohe Schulden aufgenommen und ausgerechnet jetzt haben sie hohe Schulden, genau jetzt läuft die Konjunktur nicht. Die Unternehmen verzeichnen gerade in Südeuropa schlechte Geschäfte. Die privaten Haushalte verlieren ihre Arbeitsplätze und so weiter. Und insofern sind die Banken damit konfrontiert mit der Lage, dass es erstens Unternehmen gibt, die wollen keine Kredite aufnehmen, weil Geschäft läuft nicht. Und die Unternehmen, die Kredite aufnehmen wollen, die wollen Kredite aufnehmen, gerade weil das Geschäft so schlecht läuft, weil sie nämlich keine Einnahmen haben und deswegen Kredite brauchen. Wo dann die Banken sagen, nee, dir leih ich lieber nicht. Fakt ist also, Fazit, Macht und Ohnmacht der Zentralbank, wenn die Akkumulation, wenn das Geschäft nicht läuft, dann kann sich die Zentralbank auf den Kopf stellen. Dann kann sie den Zins so weit runtersetzen, wie sie will. Sie kann Geld in die Welt pumpen, wie sie will. Wenn das Geschäft nicht läuft, dann hilft auch der billigste Kredit nichts, denn Zentralbankgeld oder das Geld, was sie verleiht, ist ja nur eine Bedingung des Geschäfts. Aber ist nicht automatisch ein Geschäftsmittel, ist nicht automatisch ein Mittel, um aus Geld mehr Geld zu machen, um Gewinne zu machen. Das ist die Ohnmacht der Zentralbank und das weiß auch die EZB und so komme ich zu der Beantwortung der ersten Frage. Warum kümmert sich die EZB eigentlich ständig ums Lohnniveau und so weiter, wo sie doch nur die Zinsen setzen soll? Deswegen ist die EZB Teil der Treuker, deswegen ist sie ein vorderster Front, wenn es darum geht, die Staaten aufzufordern, zu sparen, Sozialleistungen zu streichen, wettbewerbsfähig zu werden, die Lohnstückkosten zu senken und so weiter und so fort. Hier deswegen sagt Mario Draghi, das europäische Sozialmodell ist Vergangenheit. Deswegen heißt es in einem EZB-Bericht, dass die Überwachung, also die wirtschaftspolitische Überwachung von Staaten sich auf die Länder konzentrieren muss, die an Wettbewerbsfähigkeit verlieren oder den Verlust an Wettbewerbsfähigkeit drohen und deswegen fordert auch der Berater von EZB-Chef Mario Draghi letztlich Wettbewerbsfähigkeit als Leitmotiv, weil auch die EZB weiß, dass sie zwar die Welt mit Geld vollschwemmen kann, dass letztlich aber die Staaten dafür sorgen müssen, dass sie ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, dass die Unternehmen viel verdienen, dass die Löhne sinken und darüber das Geschäft in Gang kommt, das Wachstum in Gang kommt, für das die EZB ihre Euros herausgibt. Oder man kann es so rum ausdrucken, jetzt von den Arbeitnehmern her gesehen, der sinkende Lohn soll das Wachstum schaffen, das die EZB durch ihr Eurodrucken vorfinanziert. Oder anders, letztlich macht die EZB über die Forderung nach Lohnsenkung und Sparen die Leute, die von Sozialleistungen abhängig sind oder die Arbeitnehmer dafür haftbar, dass diese Spekulation aufgeht, die Zentralbanken immer zu vollziehen, nämlich Euros rauszugeben in Erwartung eines künftigen Wachstums und als Mittel eines künftigen Wachstums. Und in diesem Sinne agiert die EZB tatsächlich als so etwas wie ein ideeller Gesamtkapitalist in Europa, genauso wie jede andere Bank. So, ich bin jetzt, jetzt wäre dieser erste Teil vorbei. Jetzt hätte ich noch einen zweiten Teil, da ging es, der dauert nicht ganz so lange, da ging es noch darum, wie die EZB, also das war jetzt die EZB als Retter, als Schöpferin des Euros, jetzt gibt es noch mal die EZB als Retterin des Euros, aber ich weiß nicht, ob wir... Die Alternative wäre, wir würden jetzt noch schon eine Runde Fragen machen und dann den zweiten Teil, oder wir erhöhen sozusagen den ganzen Vortrag bis zum Ende und dann steigen wir in die Diskussion ein. Das Zweite würde ich auch eher vorschlagen... Ja? Klar, dann nehme ich doch zwei Fragen auf, bevor du dann weitermachst. Ja, meine erste Frage ist, die Schuldscheinzunahme unendlich, weil das Prinzip nimmt das ja immer mehr zu, die EZB kriegt ja immer mehr Schuldscheine, ist das richtig oder nicht? Und gibt es diesen Prozess auch umgekehrt, dass die Schuldscheine von der EZB zurückgegeben werden an die Bank und dann die Bank an die EZB Geld gibt? Gibt es diesen Fall? Denn das nächste, der Interbankmarkt in der EU, was ist denn eigentlich mit Großbritannien mit dem Pfund? Tauscht die Großbritannien Pfund mit Euro zwischen den Banken? Ist Großbritannien im Interbankenmarkt mit beteiligt oder nicht? Und Interbankenmarkt ist ja auch... Was sind Länder, die nicht den Euro haben wie, ich weiß jetzt nicht, Norwegen? Ist das richtig? Und sind die im Interbankenmarkt drin? Das würde mich interessieren. Und dann würde mich interessieren, erhält Großbritannien so eine Bank von der EZB Pfund oder Euro? Das wäre auch interessant. Erhält wer von wem Pfund oder Euro? Die britischen Banken kriegen von der EZB einen Pfund oder kriegen von der EZB Euro? Die britischen Banken kriegen von der EZB gar nichts. Ich habe noch, ich würde gerne noch eine Frage. Also ich weiß davon wirklich gar nicht, deswegen frage ich einfach mal ganz blöd. Muss die EZB denn den Banken Geld verleihen, wenn die einfach akkumulieren und das nicht weitergeben? Kann die da nicht irgendwie strengere Kriterien ansetzen? Und dann das andere wäre noch, mit dem Eigenkapital müssen die Banken nicht auch Eigenkapital haben? Also ist das vielleicht der Sinn, dass sie die Reserven haben wollen, weil sie es haben müssen, weil ihnen das auch nahegelegt wird? Oder ist das was anderes? Gut, dann würde ich sagen, eine kurze Runde Antworten. Ingo magst du auch schon was sagen und dann Stefan und dann würde ich sagen, wir machen mit dem Vortrag weiter. Also mit der Frage, ob die Papiere wieder zurückgegeben werden. Klar, das ist sozusagen ein, wenn das Geld zurückgegeben wird, dann gibt die EZB auch wieder diese Papiere zurück. Und die Papiere, das hat der Stefan gerade sehr deutlich gemacht, sind im Prinzip die Grundlage dafür, dass dieses ganze Geldsystem funktioniert. Was wiederum dazu führt, das hatten wir glaube ich vor zwei Wochen mal kurz angesprochen, dass zum Beispiel in den USA, als Anfang der 2000er Clinton es geschafft hat, einen ausgeglichenen Staatshaushalt vorzulegen und die Perspektive war, das läuft so weiter, hätte es dazu geführt, dass immer weniger Staatsschuldpapiere im Umlauf sind. Was dazu geführt hätte, dass immer weniger Sicherheiten da sind, die Banken bei der FED hinterlegen können. Das heißt, es hätte ein Problem gegeben, das hat der IWF erkannt und hat ein Papier aufgesetzt, ein Forschungspapier, wo sie sich gefragt haben, hat das negative Auswirkungen auf die Stabilität des Finanzsystems. Das heißt, den Köpfen, sozusagen den Forschungsleuten hinter derartigen Institutionen ist es relativ klar, dass es einen bestimmten Stock an sicheren Papieren geben muss, damit das Ganze so läuft, wie der Stefan dargestellt hat. Und ähnlich hat sich Schäuble vor ein paar Wochen geäußert auf einem Eurotreffen, wo er gefragt wurde, wann zahlt denn Deutschland eigentlich seine Schulden zurück. Da war seine Antwort hoffentlich nie, weil er ganz genau wusste, deutsche Bundesanleihen, also die Bundesanleihen sind die sichersten Papiere, die werden auch sozusagen in Zukunft immer angenommen von der EZB und sie sind im Prinzip die zentrale Basis auch dafür, dass dieses System so funktioniert. Das heißt, das hängt sozusagen beides auch ein bisschen zusammen. Also dann war noch die Frage, ob, ja, die britischen Banken nehmen am Interbankenmarkt teil. Die Zentralbank kann nur Euros rausgeben, die leiht keine Pfund, die gibt nur Euros raus und die britischen Banken, ich weiß gar nicht, ob britische Banken daran überhaupt refinanzierungsfähig sind, also ob die überhaupt Zugang zur EZB haben, ich glaube eigentlich nicht. Das haben nur die Banken des Eurosystems, also der Eurozone. Muss die EZB den Bankengeld leihen, kann sie sie nicht zwingen, wozu? Die EZB ist relativ verzweifelt, was das angeht, weil sie sagt, jetzt leid doch, aber mehr als denen zu 0% Zinsen über 100 Jahre geben, kann sie auch nicht tun. Sie kann die Banken ja nicht zwingen. Tatsächlich, Martin Schulz, EU-Parlamentssprecher, glaube ich, hat gesagt, tatsächlich müsste man doch die Banken vielleicht zwingen, das Geld zu verleihen. Es gibt jetzt Überlegungen, dass die Zentralbank den Banken nur Geld gibt, wenn die auch tatsächlich dann an die Unternehmen verleihen. Das kann man machen, auf der anderen Seite wird es schon deswegen nicht passieren, weil man weiß ja, warum verleihen die Banken nicht, weil das Geschäft nicht läuft. Wieso sollte man die dann die Banken zwingen, dazu das Geld zu verleihen? Die Banken sind ja beauftragt. Nein, die Hoffnung ist eben, dass, indem man sie mit Geld vollpumpt, zumindest wenn es irgendwo ein Interesse bei privaten Haushalten, beim Staat, bei Unternehmen, wenn es irgendwo ein Interesse an einem Kredit gibt, dieses Unternehmen ein lohnendes Geschäftsmodell hat, dass die Bank dann dem ganz billig Geld gibt, erst mal ist das Geld da. Und die Hoffnung ist, dass es irgendwann dann auch verliehen wird. So, man kann es den Banken wegnehmen, aber warum? Es kostet ja auch nichts, die EZB den Banken Geld zu geben. Es liegt ja nur rum. Die Idee, die Lohnstückkosten zu senken, ist tatsächlich mehr, damit wieder investiert wird, damit es Wirtschaftswachstum gibt, Arbeitsplätze entstehen und so weiter, Wettbewerbsfähigkeit und dann die Konjunktur wieder anläuft und dann die Kredite auch vergeben werden, die die EZB mit ihren Euros ermöglicht. Und diese Reserven, die die Banken haben, das sind einfach ihre Überschussreserven, die müssen sie gesetzlich nicht haben. Also klar, Banken müssen Eigenkapital haben und Mindestreserven, aber die haben viel mehr, als sie brauchen. Das sind sogenannte Überschussreserven, die sie da haben. Die müssen sie gesetzlich nicht haben. Vielleicht noch einen Punkt nochmal, weil die Frage war mit den, ob die britischen Banken sich Geld holen können bei der EZB. Das ist nicht so, aber in der Krise war das Weltfinanzsystem so erschüttert, dass sich die Zentralbanken auch gegenseitig Kreditlinien eingeräumt haben, die nicht nur, also früher waren die temporär, die haben sozusagen auch auf Dauer gestellt. Insofern, dass die Banken natürlich nicht nur mit Euros arbeiten, sondern eben auch mit Yen und US-Dollar. Und vor allem die FED und die EZB haben sich eben gegenseitig, sozusagen Kreditlinien gegeben, damit sich die Banken gegenseitig Geld leihen können, damit ihre Banken auf ihrem Territorium sozusagen auch mit anderen Geldern versorgen können, wenn es hart auf hart kommt. Also wenn so zum Beispiel die Banken eben in US-Dollar liquide sein müssen und nicht in Euro, das gibt es oder gab es auf jeden Fall und gibt es nach wie vor. Genau, dann würde ich jetzt vorschlagen, Stefan, du machst weiter, weil vielleicht wird das sein oder andere auch durch den zweiten Teil des Vortrags noch klarer oder zumindest wir führen dann die Diskussion ein bisschen anders, nachdem wir das ein bisschen konkreter angeguckt haben, wie die EZB in Euro gerettet hat. Gut, genau, jetzt kurz zur Funktion der EZB als Retterin des Euros und warum die Bundesbank eigentlich dagegen ist, also zumindest offiziell dagegen ist. Was war los? Gehen wir kurz zurück. Mitte des Jahres 2012 brach die Euro-zu-Euro-Krise nochmal so richtig aus. Da ging es dann, die Krise war dann nicht mehr nur in den kleineren Euro-Staaten, Griechen, dann Portugal, Irland, sondern sie griff auf die größeren Staaten über, nämlich Spanien und Italien. An den Finanzmärkten, die Finanzanleger bezweifelten die Kreditwürdigkeit von Spanien und auch von Italien. Sie bezweifelten, dass diese Länder ihre Kredite zurückzahlen können. Daraufhin stiegen die Zinsen, die der spanische Staat, aber auch die Unternehmen für Kredite zahlen mussten. Die stiegen dann irgendwann so weit, dass tatsächlich die Finanzierungsfähigkeit des spanischen Staates und des italienischen gefährdet war. Damit droht es, dass diese Länder keine Kredite mehr zu bezahlbaren Zinsen aufnehmen können. Damit drohte letztlich eine weitere Staatspleite und eine Staatspleite von Spanien oder Italien, beziehungsweise um so etwas zu verhindern. Damit wäre der Euro-Rettungsschirm tatsächlich überfordert gewesen. Italien hat ja immerhin zwei Billionen Staatsschulden. So, in diesem Moment, als die Eurozone tatsächlich wackelte, weil die Zinsen auch für Italien und Spanien stiegen, frei nach dem Bankgesetz oder dem kapitalistischen Gesetz, dass die Länder oder die Kreditnehmer, denen es besonders schlecht geht, die müssen besonders hohe Zinsen zahlen, in diesem Moment griff die Europäische Zentralbank ein in Form ihres Präsidenten Mario Draghi. Er sprach seine berühmten Worte, die die Krise beendet haben. Er sagte im Juli in London auf einer Investorenkonferenz, wir werden alles tun, um den Euro als stabile Währung zu erhalten und glauben Sie mir, es wird genug sein. Das hat der Krise tatsächlich die Spitzende abgebrochen, also der Anti-Euro-Spekulation. Man sieht das hier, hier haben wir die Zinsen auf zehnjährige Staatsanleihen in Prozent seit 2009. Die steigen kräftig an und hier spricht Mario Draghi seine berühmten Worte. Was hat Draghi gesagt? Draghi hat ein Anleihekaufprogramm angekündigt, das sogenannte Anleihekaufprogramm OMT. Das haben wir hier auch noch, da wurde es offiziell angekündigt. Was hat er damit gesagt? Mario Draghi hat gesagt, im Notfall kauft die EZB Staatsanleihen auf. Auf Anleihen von Staaten in Not, genau, im Notfall kauft sie Staatsanleihen auf. Was heißt das? Oder warum hat das für Vertrauen an den Finanzmärkten gesorgt? Schauen wir uns das nochmal ganz kurz an, wie das normalerweise abläuft. Unten die Zentralbank, dann drüber die Finanzanleger und die Laien der Regierung. Die Regierung hat dann ihre Ausgaben und so weiter und so fort. Was die Europäische Zentralbank quasi gesagt hat, war, ihr Anleger, ihr könnt ruhig Kredite an die Regierung geben und dafür eine Staatsanleihe akzeptieren, weil im Notfall könnte diese Staatsanleihe immer an mich weitergeben und ich gebe euch dafür Euros. Sie hat damit quasi eine Garantie ausgesprochen. Leid ihr Finanzanleger, Finanzmärkte der Welt, leid ruhig den Euro-Staaten, weil diese Staatsanleihen, die ihr dafür kriegt, die könnt ihr zur Not an mich abgeben und ich bin übrigens die Zentralbank und ich kann Geld schöpfen. Ich bin immer zahlungsfähig. So, das war die sogenannte Bazooka, die die EZB herausgeholt hat. Sie hat durch ihre Garantie das Vertrauen ersetzt, das die Finanzmärkte in die Regierungen verloren hatten. Sie hat quasi das an diese Stelle gesetzt, mit ihrer Garantie dafür gesorgt, dass die Zinsen gesunken sind und damit die Euro-Krise in dieser Form erstmal beendet war. Kaum war das passiert, gab es eine Klage in Deutschland, insbesondere in Deutschland, vor allen Dingen in Form der Bundesbank, aber auch von Ökonomen wie Hans-Werner Sinn und anderen. Bevor man sich jetzt diese Klage anguckt, der Bundesbank und verschiedene Kreise, insbesondere in Deutschland, schaut man sich mal ganz kurz an, was haben denn andere Zentralbanken gemacht. Andere Zentralbanken, USA, Großbritannien, Spanien, die haben ganz normal, die kaufen schon lange Anleihen und zwar über viel, viel Geld. Guckt man sich das mal an. Hier haben wir die Staatsanleihen im Besitz der Zentralbanken. Wir sehen, was da so in die Höhe schießt, rechts, das ist Großbritannien. Wir sehen auch die gepunktete Linie, die japanische Zentralbank kauft auch viele Staatsanleihen und die US-Zentralbank, der dicke Strich, hat auch viele Staatsanleihen gekauft und dieser kleine Furz da unten rechts in der Ecke, das ist, was die EZB bislang gekauft hat. Die hat 2010 mal ein paar gekauft. Ich habe eine Verständnisfrage, kauft sie nun die EZB oder kauft sie nicht? Das ist jetzt mal eine Frage, weil was gesagt, sie sagt den privaten Anleihen im Notfall, könnt ihr das bei mir wieder eintauschen? Das wäre ja was anderes, als wenn, wenn immer gesagt wird, die EZB kauft. Kaufwolle heißen, die EZB druckt Geld, sie kauft eine Staatsanleihen. Passiert das oder passiert das nicht? Sie hat im Jahr 2010 mal ein Paar für eine Zentralbank über 230 Milliarden, das ist für eine Zentralbank so ein paar. Anleihen gekauft von Portugal, Italien, Spanien und dann als die Krise weiterging, auch von Italien und Irland. Aber sie hat stets betont, diese Käufe sind zeitlich und von der Menge her begrenzt. Die hat sie tatsächlich genommen, aber sie hat immer gesagt, das sind begrenzte Käufe, das ist eine begrenzte Garantie, ich möchte eigentlich nicht. Ja klar, diese Anleihen, die die EZB kauft, die kauft sie von den Anlegern. Aber dieses sogenannte Anleihekaufprogramm, das alte, das SMP, wie es hieß, war zeitlich und vom Volumen her begrenzt und hat deswegen an den Finanzmärkten gar nicht das berühmte Vertrauen geschaffen, weil die EZB gesagt hat quasi, ich kaufe mal ein bisschen, aber eigentlich kaufe ich auch nicht. Und dieses OMT-Programm, damit hat sie gesagt, ich kaufe zur Not ohne Begrenzung. So lange bis Schluss ist. Gut, sieht man hier die Zentralbank in den USA, Großbritannien, Spanien. Achso. Wenn Staatsanleihen zur EZB verkauft werden, das ist ja der Zeitpunktentscheidend. Wenn zum Beispiel die Krise hoch ist, also wenn man sagt, die Wertpapiere sind nichts wert, weil der Staat wackelt oder weil er nicht eine schlechte Botschaft liegt hat, sind ja die Zinsen hoch. Die EZB kauft dann diese Wertpapiere und hat dann die Wertpapiere mit hohen Zinsen. Und dann kommt sozusagen die EZB Geld vom Staat. Mit welchem Zinssatz legt sie denn fest vom Staat? Mit dem Wohnzinssatz oder legt sie den ganzen Kriegen fest? Oder wie kommt denn die Zinsenfestlegung mit diesen hohen Zinsen, vom Ausgangspunkt der hohen Zinsen, legt sie den Bild für dich dann fest? Und ist dann der Zinssatz für die Spanien, wenn sie spanische Wertpapiere aufkauft, also spanische Staatsanleihen und griechische, ist denn der Zinssatz, den sie vom Staat verlangen, ist der identisch oder ist der Unterschied? Identisch. Wissen Sie, wie hoch der ist? Nein, das steht auf dieser Anleihe drauf, wie hoch der Zinssatz halt jeweils ist. Ja, aber in dem Moment, wo ein EZB verkauft wird, steigt doch der Zinssatz? Nein, doch. Nein, du musst ja vorstellen, die Staatsanleihe ist ja so ein Papier, da steht drauf, die Staatsanleihe bei 1 Million Euro zu 5% Zinsen, das steht da drauf. Achso, also ein festes Zinssatz. Achso, ich dachte, das war ja nicht. Und die Staaten sind hier bloß nicht losgeworden und dann sind die Zinssatz eingesprungen. Moment, Moment, gibt es Staaten, die haben ein paar Labelssatz, oder? Ganz brav. Bitte. Ich habe jetzt noch zwei, drei Rückmeldungen, dann muss ich nochmal kurz unterbrechen, dann würde ich auch mit dem Mikro rumgehen, weil ansonsten funktioniert es nicht für die Videoaufnahme, man versteht. Wie bitte? Wenn jetzt Verständnisfragen da sind, dann würde ich gerne die aufnehmen. Ja. Du bist die dritte Meldung. Genau. Kurze, knappe Verständnisfragen. Ja. Ist es nicht einfach so, dass dadurch, dass die EZB gesagt hat, wir kaufen zur Not auf, gerade deshalb die Zinsen sinken für die Staatsanleihen? Und deswegen kann auch der Zinssatz gleich sein, dachte ich. Ja, und ich habe jetzt nicht ganz verstanden, also dieser berühmte Punkt, wo der Mario Draghi sagte, der Euro ist sicher und so weiter. Ich meine, wir hatten ja von dem Pofalla mit der NSE-Frage auch so den Punkt, wo er die Krise beendet hat. Also beruht das jetzt darauf, dass die Finanzanleger sagen, notfalls wird also die EZB Geld drucken ohne Ende, damit wir unsere Anleihen samt Zinsen bezahlt kriegen? Oder beruht das darauf, dass sie sagen, wir werden in Europa bestimmte Bedingungen schaffen, damit diese Staatsanleihen wieder profitabel werden? Also wo liegt da das Schwergewicht an diesen magischen Worten? Würde mich mal interessieren. Meine Frage ist eine Folgefrage aus den Fragen davor. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wenn die EZB, egal ob begrenzt oder später dann auch unbegrenzt, Staatsanleihen aufkauft, heißt es, sie kauft die Staatsanleihen direkt von den Staaten, indem sie sie finanziert indirekt? Oder heißt es, sie kauft von verzweifelten Anlegern, die die Dinger loswerden wollen, deren Staatsanleihen dann ex post sozusagen und sagt, bei mir kannst du sie bunkern, ich bezahle sie dir zu dem damaligen Zinssatz, der eben auf dem Papier steht. Zweiteres. Gut, dann vielleicht Stefan nochmal eine kurze, kannst du kurz nochmal auf die Fragen eingehen und dann weiter, weil ansonsten werden wir dann nicht so viel Zeit für die Diskussion haben. Weil die Zentralbank dieses Versprechen, diese Garantie abgegeben hat, sind die Zinsen gesunken. Ganz klar, weil die Finanzanleger, die rechnen ja einzelwirtschaftlich. Jeder Finanzanleger sagt sich dann erstens, ich kann ja jetzt Spanien leihen, weil wenn ich Zweifel kriege, kann ich ja jederzeit an die Zentralbank verkaufen. Ich habe ja gar nicht mehr den Fall, wie, was weiß ich, mit Griechenland Anleihen auf einmal sitzt die Deutsche Bank auf Griechenland Anleihen und kriegt die nicht los zu einem vernünftigen Preis. Und dadurch verfällt dann der Wert der Anleihen. Wenn du die Zentralbank als Geschäftspartner hast und die Zentralbank sagt, zur Not kannst du die Anleihe immer an mich verkaufen, haben die immer ein Sicherheitsnetz. Und damit ist die Kreditwürdigkeit der Staaten wiederhergestellt. Entschuldigung, ich muss jetzt aber die Fragenrunden kurz unterbrechen, weil ich das Gefühl habe, dass wir sonst mit dem Vortrag nicht weiterkommen und dass wir dann auch die anderen nicht so sehr verfolgen können. Abgesehen davon, dass ich auch ein bisschen Zeit für die Diskussion haben möchte, sodass sich auch andere Leute hier beteiligen können. Ja? Gut, dann... Gut, auf jeden Fall hat diese Ankündigung, war eben eine Garantie der Institutionen, die das Geld im Keller hat, unbegrenzt, dass sie zur Not Staatsanleihen kauft. Die Finanzmärkte fanden das natürlich super, oder die Finanzanleger, weil sie haben damit eine Sicherheit, ihre Kreditpapiere immer zur Not an die Zentralbank verkaufen zu können, womit die Zentralbank dann quasi das Risiko, das so eine Staatsanleihe ja auch hat, in die eigenen Bücher nimmt. Sie agiert quasi als zentraler, potenzieller Kreditgeber der Euro-Staaten. Sie verkauft dabei, sie kauft nicht von den Staaten, das ist ihr ja verboten, der Europäischen Zentralbank, direkt von den Staaten Staatsanleihen zu kaufen, sondern sie kauft die von den Finanzanlegern. Warum das so ist, dazu könnte man nachher nochmal was sagen. So, zack, 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 das war die Dings. So, machen wir mal ganz kurz hier. Hier haben wir die Staatsanleihen im Besitz der Zentralbanken. Man sieht, die anderen Zentralbanken kaufen jede Menge Anleihen und drucken dafür Geld, erhöhen damit die Geldbasis. Man kann sich das für den Fall der US-Zentralbank mal angucken. Hier haben wir die Freiheit der USA beim Gelddrucken, der dunkle Chart, das ist die Geldbasis in den USA und da unten der kleine hellgraue, das ist die Europäische Zentralbank, die ihre Geldbasis auch ausgeweitet hat, aber wenn man es vergleicht mit den USA, ist das doch relativ wenig. Warum kauft die US-Zentralbank jeden Monat Geld? Ja, jeden Monat Staatsanleihen auf und private Anleihen. Warum macht sie das? Weil die US-Zentralbank sich sagt, davon profitieren wir doch alle. Dann kaufe ich Anleihen auf, dadurch sinken die Zinsen, dadurch kann sich der Staat billiger refinanzieren und können sich die Unternehmen billiger Kredite kriegen. Privaten Haushalte können billiger Kredit geben, ist doch super. Wir kaufen Anleihen auf, die US-Zentralbank sagt quasi, das Geld ist doch das Mittel des Staates. Wenn die Finanzmärkte das nicht hergeben oder wenn Finanzmärkte immer mit den Zinsen so hoch gehen und so weiter, dann drucken wir einfach so lange, bis die Zinsen runtergehen, weil wir davon alle was haben, weil sinkende Zinsen sind doch für alle gut. So denkt sich das die britische Notenbank, die japanische Notenbank und die US-Zentralbank auch. Die EZB könnte sich das auch denken, weil die EZB hat ja, wie wir vorhin gesehen haben, die Leitzinsen wahnsinnig gesenkt, damit das Zinsniveau in Europa sinkt, damit alle billig an Kredite kommen. Das funktioniert aber gar nicht so richtig. Das funktioniert für die sogenannten Kernstaaten in Europa, wie Deutschland oder Österreich. Das funktioniert aber nicht für die Peripheriestaaten. Hier haben wir die Zinsen für Kredite an Unternehmen, unten in den Kernstaaten, Nordeurostaaten, sind die Zinsen für Unternehmen tatsächlich gesunken. In den Peripheriestaaten, Südeuropa, bleiben sie aber hoch. Die EZB hätte also jeden Grund, einfach mal massenhaft Staatsanleihen zu kaufen, und zwar ohne Ende. Sie könnte das auch, vielleicht macht sie das auch noch, aber die Bundesregierung hat schon gegen die Ankündigung von Anleihekäufen einen Einwand erhoben. Und dieser Einwand liegt jetzt von dem Bundesverfassungsgericht. Und die Bundesbank, Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat dort gegen die EZB testiert, hat gesagt, warum das, was die EZB da macht, dieses Anleihekaufprogramm, was ja so wunderbar gewirkt hat, dass das falsch ist, was ja sehr eigen ist, dass sich die mächtigste Zentralbank innerhalb Europas gegen die Zentralzentralbank wendet. Was ist im Kern der Einwand der Bundesbank? Die Bundesbank sagt, wenn die EZB sagt, zur Not kaufen wir, wir geben eine Garantie ab und das den gewünschten Erfolg hat, nämlich die Zinsen sinken, dann spart die EZB den Südeuropäern ja Geld. Dann können sich die Staaten ja billiger Kredite nehmen. Das ist ja eine Form der monetären Staatsfinanzierung. Die EZB durch ihre Garantie spart den Südeuropäern Zinsausgaben und unterläuft darüber die disziplinierende Wirkung der Finanzmärkte. Die Bundesbank sagt, dass von den Südeuropäern insbesondere so hohe Zinsen verlangt werden. Das liegt doch nur daran, weil die unsolide wirtschaften und nicht wettbewerbsfähig sind. Deswegen sind die Zinsen so hoch. Wenn die erstmal richtig sparen und richtig wettbewerbsfähig werden, dann sinken auch die Zinsen wieder. Diese disziplinierende Wirkung hoher Zinsen, die disziplinierende Wirkung hoher der Finanzmärkte unterläuft die EZB aus Sicht der Bundesbank, indem sie einfach eine Garantie abgibt, die Zinsen sinken und Südeuropa kommt billig an Kredite, ohne sich groß anstrengen zu müssen. Das ist die zentrale Kritik der Bundesbank an der EZB-Politik, dass die EZB es den Südeuropan schlicht zu einfach macht. Zweiter kleiner Punkt ist auch, dass die Bundesbank sagt, wenn die EZB griechische, portugiesische, spanische Anleihen kauft und Spanien jetzt pleite geht, dann hat die EZB ja Verluste und für die müssen wir alle aufkommen. Was die Bundesbank hier formuliert, ist die typisch deutsche Position. Die Position, oder sagen wir so, diese deutsche Position ist quasi ein Reflex auf die Konstitution der Eurozone als Gruppe konkurrierender Nationalstaaten. Während die US-Zentralbank sagt, wir kaufen Anleihen ohne Ende, weil davon profitieren wir doch alle. Sagt die Bundesbank, wenn die EZB Staatsanleihen kauft, dann profitiert davon ja Italien und Spanien. Wieso die? Wieso wird deutsches Geld, deutsche Kreditwürdigkeit dafür eingesetzt, um schwache Staaten zu unterstützen? Wir haben doch eine Eurozone, in der die Gewinner genau nicht die Verlierer unterstützen. Sie sagen quasi, kein deutsches Geld für südeuropäische Pleitestaaten, die sollen erstmal richtig sparen und richtig wettbewerbsfähig werden und dann geht die Sache auch schon auf. Das ist natürlich eine total dysfunktionale Haltung. Das drückt die Europäische Zentralbank auch aus, indem sie sagt, Leute, wenn wir das nicht machen, fliegt uns der ganze Laden auseinander und dann hat auch Deutschland davon nichts. Dieser Fall liegt jetzt immer noch vor dem Bundesverfassungsgericht und wird jetzt wahrscheinlich im März entschieden. Wie das Bundesverfassungsgericht entscheidet, ist noch unsicher, aber wahrscheinlich wird es nicht gegen die EZB entscheiden. Denn, wie es ein Banker neulich ausgedrückt hat, das Bundesverfassungsgericht ist nicht dafür bekannt, dass es zentrale Anliegen der deutschen Außenpolitik torpediert. Ja, ja, zur Not selbst, aber da gäbe es schon Varianten. Gut, ich möchte noch ganz kurz zum Schluss noch mal eingehen. Was ist jetzt der Gegensatz eigentlich für die südeuropäischen Staaten, die eher sagen, das ist doch gut, wenn die Zentralbank uns Geld gibt oder uns hilft, dabei Geld zu bekommen und der Bundesbank. Wir haben noch mal hier dieses Ding hier, die Regierung und die Finanzanleger. Die Regierung leiht sich Geld von den Finanzanlegern und die Zentralbank. Gehen wir mal die beiden Kästen in der Mitte. Das Ding zwischen Regierung und Finanzanlegern. Da erhalten die Regierung jetzt permanent Kredit und geben ihre Staatsanleihen dafür weg. In der Krise ist das jetzt gesperrt. Anleger verlieren Vertrauen, leihen den Staaten nichts mehr. In dieser Situation sagen quasi die Südeuropäer im Kern, sagen sie, dann umgehen wir das doch. Dann geben wir doch unsere Anleihe direkt zur Zentralbank. Könnten sie auch machen, theoretisch. Das ist übrigens, was Sarah Wagenknecht als Vorschlag hat. Geben wir doch die Anleihe direkt der Zentralbank und finanzieren uns, kriegen dafür Geld und Finanzierung uns ohne Umweg über die blöden Finanzmärkte, die immer irgendwie rumspinnen. Das ist die Idee einiger in Südeuropa vermittelt und das ist die Idee explizit, die auch Sarah Wagenknecht, die ja in zwei Wochen hier ist, auch vertritt. Diese Idee sagt quasi, das Geld ist doch das Mittel des Staates und wenn die Finanzmärkte es nicht hergeben, dann produzieren wir es halt selber. Dafür haben wir das Papiergeld doch eingerichtet letztlich. Wir leben ja nicht mehr in Zeiten des Goldes. Gut, Haltung der Bundesbank und auch eigentlich der meisten anderen, die allgemeine Ökonomenhaltung ist, das ist verboten. Die Länder dürfen keinen Umweg nehmen. Sie müssen über den Weg der Finanzmärkte gehen, weil das Geld nicht Mittel des Staates ist, sondern es doch zumindest gleichzeitig umgekehrt auch so ist. Der Staat ist Mittel des Geldes. Nur wenn die Gesellschaft wettbewerbsfähig wird, Wachstum, Investitionen, Arbeitsplätze und so weiter, wenn sie rentabel, profitabel wirtschaftet, rechtfertigt sie die Schaffung von immer neuem Geld. Letzteres sieht auch die EZB so und deswegen hat sie ihre Hilfe auch unter den Vorbehalt gestellt. Hilfe von der EZB wird es künftig nur geben für Länder, die a. den Stabilitätspakt unterschrieben haben, den Fiskalpakt unterschrieben haben, die eine Vereinbarung mit dem Euro-Rettungsschirm haben und sich zu ganz vielen Sparhaushalten und Wettbewerbsfähigkeit verpflichtet haben. Gut, Fazit. Blockupy, finde ich, hat sich ein gutes Ziel ausgesucht, weil die Zentralbank ist letztlich das Scharnier zwischen Staat und der Finanzwirtschaft. Als erster Schritt garantiert der Staat die Geltung des Geldes. Das macht einfach in Absatz 14 Bundesbankgesetz. Da sagt der Staat, in Europa wird mit Euro bezahlt. Euro muss als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Per Gesetz, die Staatsgewalt setzt den Euro als Geld in Kraft. Dieses Geld benutzen die Geschäftsbanken. Die Geschäftsbanken nutzen dieses Geld und geben auf Euro lautende Kredite, akzeptieren dafür Zahlungsversprechen, Schuldscheine usw. und spekulieren über ihre Kreditvergabe auf ein Wachstum, das noch stattfinden soll. Und die Zentralbank beglaubigt diese Zahlungsversprechen als echtes Geld, gibt für diese Zahlungsversprechen echtes Geld heraus und achtet auf die gesamtwirtschaftliche Rendite, sprich, dass das Wachstum und die Wachstumsbedingungen in der Eurozone auch das Drucken von neuem Geld, die Vergabe von Krediten letztlich rechtfertigen. In diesem Sinne achtet sie darauf, dass jeder Euro, den sie produziert, ein Anspruch auf Vermehrung ist, den Anspruch auf Vermehrung in sich trägt. Ein Punkt, den die Wachstumskritiker unbedingt beachten müssten. Und zweitens agiert sie damals als ideeller Gesamtkapitalist oder man könnte auch sagen als ideeller Gesamtbanker oder Gesamtanleger der gesamten Eurozone. Tatsächlich der gesamten Eurozone, weil sie sich auch dann gegen partikulare Interessen, zum Beispiel Deutschlands, wendet im Interesse der gesamten Eurozone. Also als ideeller Gesamtkapitalist sorgt sie dafür, dass das Geld hart ist. Das ist immer interessant, hartes Geld. Gegen wen ist das hart? In diesem Fall ist das Geld insbesondere hart gegen die, die die Akkumulation herstellen müssen, gegen die Arbeitnehmer. Insofern würde ich sagen, da sieht man nochmal die Macht der Zentralbank, insofern würde ich sagen, dass sich Blockupy ein 1a Ziel ausgesucht hat für Proteste, weil es damit tatsächlich am Kern der ganzen Angelegenheit angekommen ist. Als Linke hat man tatsächlich auch vielfach Probleme bei der Kritik von Europa, weil es immer heißt, bist du jetzt für oder gegen Europa? Bist du für Europa oder für ein enges patriotisches, nationalstaatliches Konzept? Damit muss ich die Linke rumschlagen, aber darum soll es das nächste Mal gehen. Danke. Vielen Dank.